Ich fand auf jeden Fall die Party am Ende am besten, weil alle haben zusammen gefeiert und es gab viele Musik und so. Also die Party hatte mir gefallen und am Abend hatten wir viel Spaß gehabt, weil man da Tischtennis und die Spiele gespielt hat und da waren eigentlich alle gut zusammen und viele Freunde waren da. Show me Lord, show me that place, filled with glory and grace, I want to see my serious face, Heaven is a wonderful place, oh yeah! Band, weil es war eigentlich cool, das Blinding Lights war cool und das Ding zu spielen. call me that place, I want to see my ice to shine, I want to see my bright eyes. Sehr cool, wir haben sehr viele Freunde bekommen. Ja? Ja, also ich fand es auch sehr cool und wir haben auch sehr lange Freunde bekommen. Also ich fand sie cool und lustig. Ja, sie war cool. Wir haben in einer Woche sehr viel Lieder gelernt und es hat sehr Spaß gemacht. Ja und was wir noch gelernt haben, wie man andere Menschen hingehen soll. Und wir haben auch mehr Freundschaften geschlossen. Sehr gut. Ja. Musik Warum? Weil es Spaß macht. Es ist einfach cool mit allen M-Klassen. Dann kann man sie halt besser kennenlernen. In der Schule kann man das nicht, weil es verschiedene Stöcke sind. Aber so finden alle M-Klassen halt irgendwie zusammen und dann kann man Freundschaften schließen oder auch nicht. Und generell ist es halt so, wenn man die anderen M-Klassen dabei hat, ist es so wie eine Familie gemeinsam, was gerade Musik macht. Und das wiederholt sich immer wieder und es macht halt richtig Spaß. Und das wiederholt sich immer wieder. Und das wiederholt sich immer wiederholt. Und das wiederholt sich immer wiederholt.